Willkommen zurück zu einem neuen Part von Anno 1800. Ich bin wieder zurück. So, wir machen jetzt mal eben die Straße weg, weil auf dieser Insel, hatte ich ja im letzten Part schon gesagt, dass wir hier drauf auch nochmal eine Stadt bauen. Ich sehe gerade die Schienen, die können wir hier ruhig jetzt dünner machen, da brauchen wir nicht so eine Dicke mehr. Und im letzten Part, da habe ich ja auch nachher, eigentlich wollte ich an dem Tag, also das war gestern, wollte ich eigentlich noch mehr aufnehmen, aber ich war so müde, das war richtig schlimm. Ich bin fast beim Spielen eingeschlafen, deswegen war ich auch nachher dann so ruhig im Video, weil ich fast eingeschlafen bin. Ich war wirklich richtig müde. Aber jetzt geht es mir gerade ganz gut, also ich bin auf jeden Fall fitter. Deswegen nehmen wir natürlich wieder Anno 1800 auf und gleich will ich auch noch Anno 1602 wieder aufnehmen. Ja, und die Kommentare, dass ich ja nicht so ganz fit bin mehr bei Anno 1602, das weiß ich schon selber. Ja, ich habe ein paar dumme Sachen da gemacht, ne. Aber ich habe es auch wirklich ewig nicht mehr gespielt, also das letzte Mal ist bestimmt schon... Also ich weiß, dass ich es einmal angemacht habe, aber gar nicht gespielt habe. Einfach nur getestet, ob das Spiel noch funktioniert. Also auf meinem neuen PC, ob das darauf funktioniert. Damals, da habe ich das drauf gestartet, aber sonst habe ich eigentlich das Spiel gar nicht mehr angerührt. Und deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen überfordert und weiß da gar nicht mehr genau, was ich da machen muss. Muss man eben gucken. Wir brauchen nämlich hier auf dieser Insel natürlich da gleich Werkzeuge und so, damit wir hier die Stadt drauf bauen können. War das jetzt diese hier? Ja, ne. Die hier war das doch. So, da machen wir dann jetzt die Werkzeuge drauf. So. Ähm. Warte mal. Benutzen wir hier das Erdöl überhaupt? Ich glaube nicht, ne. Können wir das vielleicht hier irgendwo woanders gebrauchen? Aber momentan nicht, ne. Eigentlich. Ich denke, dann machen wir das so lange aus. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht nachher irgendwie woanders gebrauchen können. Okay, das kann ich gar nicht ausmachen. Und Eisen. Brauchen wir Eisen hier noch? Bestimmt, ne. Äh, hier. Obwohl, ne. Können wir das vielleicht woanders irgendwo gebrauchen? Hier zum Beispiel. Oh, was ist denn da passiert? Äh. Hier ist auch noch was kaputt. Ja, manchmal bin ich so blöd und vergiss leider eine Feuerwehr zu bauen. Wobei so, bei so einer schlimmeren Explosion, finde ich, hilft eine Feuerwehr kaum. Also man wird ein paar Gebäude so oder so verlieren. Na, weil da ja auch immer nur, meistens nur ein Fahrzeug rauskommt. Okay, die haben zu wenig Eisen. Ja, liegt da wahrscheinlich daran, dass das nämlich kaputt war. Na, dann würde ich nämlich hier noch eine Handelsroute machen. Noch hier. Wegen dem Eisen. Hier ist Eisenerz. Dann würde ich das auch nutzen. Ach, wir haben da. Ach, zwei. Ein Schiff müsste eigentlich reichen, ne. Ich würde nur mal zwei. So. Dann nutzen wir hier nämlich das Eisen immer noch. Die Kohle. Ich weiß nicht, ob wir die Kohle da auch gebrauchen können. Ja, na, eigentlich schon. Dann machen wir das so. Welches Schiff war das? Ah, hier. Die hier, ne? Ne, haben wir da schon eine Handelsroute? Ne. Ach, du Scheiße. Wir hatten da schon längst eine Handelsroute. Gut, dann machen wir die jetzt hier weg. So. Und lassen die hier dann da. Und machen statt zweimal Eisen. Jetzt machen wir ja einmal Kohle. So. Dann sind das nämlich jetzt zwei. Das können wir noch eben hier abliefern. Eisenherz haben wir hier genug. Auf jeden Fall, ja. Eisenherz und Kohle kann man eigentlich immer gebrauchen. Also, so habe ich den Eindruck. Also, man kann davon gar nicht zu viel haben. Gucken wir mal das hier in die Nähe. So. Ich bin jetzt aber überlegen, ob ich das hier hinten hinbaue. Ich denke, das wäre besser. Dann ist es nämlich nicht komplett durch die ganze Stadt. So. So. Wobei ich wieso schon am überlegen war, ob ich den Hafen hier woanders hin tue. Aber vielleicht auch da oben hin. Weil, wie man sieht, müssen sie immer extra einmal um die Insel fahren. Das ist total dämlich. Brauchen die viel zu lange für. Ich könnte den auch hier hin machen. Oder ich mache hier hin. Da passt da eigentlich ganz gut hin. So. Ups. Gut, dann machen wir einmal so und einmal so. Können wir das hier eigentlich auch vorhanden, das hin tun? Okay. So, dann machen wir hier. Also, die Insel, die möchte ich ganz schön bauen. Da gebe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Mühe. So. Ach nee, schade. Und dann. Hier. So. Der Hafen sieht doch schon mal ganz gut aus. Ähm. Ich kann mir gerade überlegen, was kann man da noch haben. Die vergesst sich immer zu bauen, ne? Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ach schade, passt da nicht noch einer hin? Wenn ich das so mache. Ach nee. Ach so, das ist wegen dem. Gut, dann machen wir das so. Und dann können wir das wieder so da dran machen. Machen wir das auch noch weg. So, dann haben wir da nämlich schon mal einen zweiten, weil wir werden hier garantiert recht viele Schiffe anlegen, an dieser Stelle. Wohl, dann machen wir hier noch mal einen doppelten, so. Und dann kommt hier hier. 1, 2, 3. Oh, das passt genau, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Machen wir das mal so. Könnte man da theoretisch ein paar Bäume pflanzen hier, ne? So, dann machen wir das und das und natürlich die Feuerwehr, dann Polizei, Schule kriegt er auch sofort und eine Kirche. Natürlich ein Krankenhaus auch noch. Wir ballern hier gleich alles hin. Das Geld haben wir ja eh gerade, deswegen brauchen wir da keine Sorgen machen. Ach, scheiße. So. Wohl, wir könnten das theoretisch auch so drehen, ne? So. Ach, das ist blöd. Dann machen wir den Weg wieder weg. Das hat halt auch immer sowas mit Puzzeln zu tun, hier, ne? Wir wollen ja, dass die Stadt hier schön aussieht, deswegen gebe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Mühe. Machen wir dann drei hin, das hier weg. Und hier ist jetzt die Frage, wie bauen wir das hier? So. Da passt leider keins mehr hin, aber so sieht es ja auch ganz gut aus, ne? Ach, nee, so. Ein bisschen Übergang. Vier, vier, drei. Zwei. Vier, vier, zwei. 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 Dann machen wir hier auch noch eine Straße lang. So. Hm, zuerst habe ich jetzt überlegt, ob wir hier auch nochmal so eine Doppelstraße durchmachen, aber daher, dass hier eh im Weg ist, glaube ich, würde ich das so lassen. Können wir das so machen. Machen wir da nochmal so eins hin. Und hier in den Übergang. Passt mal auf, ob ich hier, so. So, mal überlegen. Ach, Fischerhütten brauchen wir ja noch, ne? Ach, schade, dass da keins hinpasst. Das hätte richtig gut ausgesehen. Warte mal. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Fußweg weg. Habe ich das denn gerade geschafft zu drehen? Ne. Hä? Ach. Mausrad klicken. Kann ich damit die Sachen drehen? Das wusste ich gar nicht. Was man das immer noch so neu entdeckt, ne? Ich habe es mir immer umständlich gemacht. Habe immer auf die Tastatur gedrückt. Hier wollte ich jetzt ein paar Fischerhütten hin machen. So. Na, das ja. Vielleicht können wir hier auch nochmal ein bisschen weg. Okay, jetzt. So. So. Und. Ach, falsch. Dann machen wir es so. So. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier. Oh, nee. So. Können wir das hier vielleicht hier hin? Da hin. So. Die bauen wir schon. So. Dann brauchen wir nämlich noch den Schnaps, ne? Stellen wir den her. Ja, gut. Wir können auch erstmal die Kleider holen. Warum hier? Ach da. Oh, das ist eine lange Strecke. Da. Ja. Ups. Och, nee. Ist doch bloß, wir haben jetzt gar keine Schiffe dafür. Ja, gut. Dann müssen wir da jetzt erstmal ein paar Schiffe bauen. Und. So. 13 Stück. ich glaube ich hatte auch im letzten part noch gesagt dass wir uns hier auch noch drum kümmern müssen mit dem gold und so da war hatten wir ja so ein paar sachen die uns aufgefallen sind die immer wieder leer sind die sind jetzt am bauen den schiffen dann haben wir das dann brauchen wir natürlich auch noch den schnaps hier auch schon eine handelsroute machen von hier nach da aber auch 4 wir können natürlich jetzt auch diese schiffe hier nehmen obwohl das lohnt sich gar nicht das war so das brauchen noch dann wäre die nächste stufe zum beispiel brot könnten wir auch noch machen wir sollen sofort möglichst alles haben so dann kommt wurst wo war wurst noch mal kartoffeln so herviter heruntergebracht stimmt ja war das denn jetzt wo fahrt das jetzt war das jetzt ach hier machen wir erstmal die seife ach was mache ich denn da nach da das war die seife so dann die forst so ich bin noch anbauen so was könnte man hier noch machen dieses dosen zeug denn wir nicht genug eisenerz ganz einfach da machen wir noch eine handelsroute von hier nach da für das eisenerz das ist einfach hoffen dass da immer was übrig bleibt sondern wir auch zwei so ich glaube die handelsroute würde ich jetzt noch nicht machen boah guck mal wieviel wurst wir hier haben so ich würde ja sagen ich baue jetzt erstmal diese insel komplett so voll boah das dann nachher alles auf so da haben wir hier auch noch welche vielleicht hier unten noch eins dann die feuerwehr noch vielleicht noch eins hier unten hin dann Kirche brauchen wir noch nicht Polizei und Schule machen wir hier hin Krankenhaus muss auf jeden fall sein ach das haben wir vergessen hier oben ne wo könnten wir das denn jetzt noch einbauen da wird es ganz gut hin passen hier so aber noch ein gebäude was da rein passt glaubt nicht ne jetzt kommt hier erst später das brauchen wir noch gar nicht machen wir hier noch welche hin machen wir hier so 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 verbaut und auf schnell machen damit die schiffe schneller gebaut werden das habe ich völlig vergessen passen hier dreien wenn ich das hier weg machen wir hier so eine lücke obwohl da pflanze ich einfach bäume rein was genau scheiße das machen wir dann da jetzt aber hier den weg weg zwei lücken so ich vergesse das jetzt immer dass ich auch mit dem mausrad eigentlich das drehen kann ich will jedes mal die tastatur benutzen so ich denke das reicht ach nee diese arktis ich habe immer probleme mit der arktis ich habe jetzt fast hier ganze ziegelsteine verbraucht das obwohl wir glaube ich immer wieder neue bekommen was mache ich denn da ich wollte doch hier so was ist denn los ich glaube ich bin zu schnell sollte das ein bisschen relaxer angehen mach ich das jetzt alles ein bisschen langsamer tja so langsam meinte ich das auch nicht jetzt haben wir keine ziegelsteine mehr die handelsroute ist aber naja brauchen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen länger vielleicht dann hier noch mal vier ja passt genau straßen kann ich jetzt gerade gar nicht mehr bauen so machen wir da vier so und so ich wollte jetzt schon mal die handelsruhen hier schon mal besetzen weil ein paar haben wir ja schon gebaut machen wir da erst mal zwei jahre da auch und hier auch noch so dann bekommen die das nämlich schon mal gleich wir können wieder ziegelsteine straßen bauen schön alles voll pflastern hier die natur können ja theoretisch auch das schon aufbauen was wir da haben so 234 ich glaube dieses gebäude das brauchen wir gar nicht mehr obwohl können wir vielleicht für dahinten gebrauchen vielleicht wenn wir dann noch mehr von den fischerhütten brauchen können wir das nehmen soll ich denke das würde ich jetzt auch aufbauen mal die dann schon das dorf schon dorf hier wo haben wir denn hier die kleider das die arbeitskleidung und haben die das nämlich auch schon ja die müssen auch von weit weit hierher siegeln es kann etwas dauern bis sie die wahl bekommen so jetzt können da auch wieder welche hin mal das so mal das so oh nee so so dann machen wir das hier so zwar recht viele lücken dazwischen aber ab und an darf das ja ne so so jetzt haben wir schon wieder keine zielgesteide mehr wie geht's euch denn hier so und keine kleider keine der arbeitskleidung ist da hier passt leider kein haus hin gut leute das war's in diesem part ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns im nächsten part wieder ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten mal in anno 1800 tschüss 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 Vielen Dank.